F***ing Dead sollte gleich angezeigt werden. Ja, wunderbar. Okay, gut, gut. So, spielen. Da waren wir, spielen. Episode 2 haben wir fertig. Episode 3, fangen wir heute an. Okay, gut. Mal schauen, wie es weitergeht. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Geh die Gäste öffnen! Wir haben getötet! Ich wollte wissen, warum du glaubst, mehr Mälte zu fangen, wäre eine gute Idee. Du hast mir und meine Familie gut gemacht. Du hast Duck von diesen... ...monsters. Und du standst mit Larry an der Drugstore. Ich werde nicht vergessen. Ich werde das vergessen. Nein, niemand versucht dich auszusehen. Das sind die Leute, die mein Camp zu retten. F*** du! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! No! Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. You're right. We shouldn't take this. The rest of us are taking this stuff. Don't worry, little girl. Bandits have got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. The War King Dead. Yay. Creation of City. Okay. So. Lee und Kenny. Episode 3. Der lange Weg. Lee und Kenny sind in Macon unterwegs. Looks like this is our lucky day. Yeah, this might actually go smoothly. We deserve it after last time. Hmm. Hello, Queenie. Oh, man. Lee, where do you come down on staying or going? You mean packing up the motel and getting in the RV? Yeah. We've been talking about it, but you made up your mind yet? We should go. Motel's run its course, and it's not safe. You're damn right it has. We pile into the RV and don't pull over till we see water. And if Lily's dead set on staying, then, well, that's the way it goes. Okay, just like last time. Over the rig, into the pharmacy and scrape together whatever supplies are left. We didn't leave much in there. We're out of options. Something's better than nothing. Shit. You okay? The ladder come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. No kidding. Hm. Warum schafft Kennys nur ein Schnauzer zu haben, aber sonst nichts anders. Ein paar Tage sind ja bestimmt schon vergangen. Werte wachsen. Werte wachsen, mehr oder weniger, relativ schnell. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe gedacht, und ich weiß es einfach nicht. Er müsste eigentlich aussehen wie Lee, äh, wie, ja, wie Lee. Was macht der da jetzt eigentlich? Okay. Ihr girl's still upset with me for taking stuff out of that car last week? Ich hoffe nicht. Sie wird da. Gut. Ich weiß nicht. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? Ich bin nicht sicher, dass es ihn verletzt hat. Natürlich hat es. Ich bin nicht sicher. Es war eine schreckliche Situation für ihn. Sean dying und alles. Ich bin nur Angst, dass er immer denkt, dass es sein ist. Du bist sicher, dass du das bist? Lee, ich bin gut. Ich habe das. Gib mir deine Hand. Ich bin gut. Du bist gut? Ich bin gut. Ich bin gut. Entschuldigung, Mann. Ich dachte, dass es besser wird. Du bist glücklich, dass es keine schlechten sind. Du könntest... Geh! 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 Oh oh. Sieht ja fast schon selbst aus wie ein Zombie. Oh Gott! Oh Gott! Was zur Hölle ist das? Ein Walker? Walkers nicht schreien, oder? Jesus, ich glaube nicht so. Es ist eine Frau. Wir müssen sie helfen. Wie? Es gibt nichts zu kommen. Wir müssen etwas machen. Na, ok. Jetzt wird sie gebissen. Jetzt ist eh zu spät. Ja, hundern. Ja, da hat Kenny schon recht. Wenn sie jetzt eh... Wenn sie jetzt eh... ...gebissen wurde. ... Was ist das denn? Wir müssen das Platz entfernen, aber wir haben nicht jeden Tag. Geh alles, was du kannst, aus diesen Racken. Geh nicht hinter dem Kounter. Ich werde es hier entfernen und dann müssen wir gehen. Hey, da war noch was im Regal. Kenny, was machst denn du? Sie ist weg. Jetzt ist nicht viel Zeit. Fuck! Moment, hier war ich auch schon. Warum kann ich das dann nicht mitnehmen? Jetzt habe ich alles. Ja. Das sind eine Menge Vorräte. Nice! Moment, in meinem Rucksack? Ich habe doch gar keinen Rucksack. Oh! Muss nicht sein. Los, Kenny. Fridge! Ah! Ja, schnell. Ah! Pilot, Pilot, Mann. Na komm! Irgendwie reagiert das Spiel nicht. Jetzt! Ach nett, nochmal. Was kann ich denn dafür, wenn das Spiel nicht, nicht, nicht will, dass ich lebe. Wenn ich eh schon mal hier bin. Kann ich das? Da liegt doch was. Was? Wir sind noch klar. Los geht's! Ah! Kenny! Der Kack! Der Kack! Der Kack! Der Kack! Der Kack! Der Kack! Er wird raus! Er wird raus! Von dawn! grün! Let's go, pal. You're back. Yep. Nice. Hey, sweet pea. Nice. That's neat. I'll find you in a minute. It looks like we got the kid on watch again. What'd you get? Might as well leave a sign out that says the men are going, come and rape our women and children. Huh. So, what did you get? A lot of stuff. We're fine, by the way. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? Who freeze our asses off here? He's piling into an RV with you two. After what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? You know, I'll do what it takes to keep everyone safe. We're already safe. Take a look at the wall, Lily. That's not graffiti. Those are bullet holes. And we got enough arrow shafts sticking out of it to dry our laundry. We have to go eventually, Lily. We don't have to do anything. You didn't want to go because of your dad's health. But he's gone now. Easy, Kenny. Add it again, are we? Ah, Carly. Don't boss people around. I'm sorry. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. And I don't think you're capable anymore. We're strongest together. It can't be you versus us, Lily. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's gotta be thinking about this shit. How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. That's BS, Kenny. And you know it. What about medicine? We got plenty of food from that station wagon. You didn't even want to take it. Where the hell would we be now? We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. All I want is a week of peace. Of not hearing it. Do you know how we got these supplies? We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. You just let her suffer like what? Like bait? Oh God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Look, Macon and its people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's... It's hell on earth. And it's coming. This way. It's not going to be easier out on the road. How would you know? What I know? I know you're not above murder. I know somebody has been stealing our supplies. That's right. Stealing. I know the list of people I can trust here gets smaller every day. Now everybody get out. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken. She's right about one thing. None of this is getting any easier. Things are coming to a head. You could say that. Well, I think you did good today. And I find myself thinking that most days. Mm-hmm. It's probably worth following up with Lily about what she was saying about missing supplies. With her wound up the way she is, I don't want to see her paranoid. No question. And I'd like to talk when you've got a minute. Oh, okay. Okay. Hey, Clementine. Hey, Lee. Hallo. What are you working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Um, kind of. Ah, that's really something. I'll make one for you too. Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. I don't know. Maybe if I knew where? Yeah, that would be a good thing to know. I'll talk to you later, Clem. Okay. Okay. So, then. Mal gucken, was Carly will. Hello! Talk to Lily yet? No, not yet. I will. What I wanted to say was, I've been thinking a lot about you. Okay. I think about you too. Our group is small. You're small. You're a convicted killer. Carly, Jesus. And I think people should know. Not because they deserve to, and not because you're a bad man. I think the opposite of those two things. People need to know because we're hanging by a thread here, and I can't see Lily talk about you without thinking it's the next thing she's going to say. You don't have to tell everyone, but think about who you trust and take the opportunity while you have it. You're probably right. Of course I'm probably right. People might be pissed. And telling them might cause some trouble, but it will be a far cry from what will happen if they don't hear it from you. Yeah. So you'll do it then? I'll let people know. You're totally right. Good. I think it's for the best. Don't call me small. Now, is there anything else you want to talk about? You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time, but there are going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Who knows how each person would take it, you know? Maybe it's worth thinking about who you want to tell. Do you feel safe here? Show me a bath with a heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-bodied Malbec and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You, uh, have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. Clem, I need to talk to you for a second. Oki doki. What? Uh... Before I met you and before the plague, I killed somebody. Oh, so that's what... Yeah, that's it. It was a bad thing and there's no explaining it. Why are you telling me? Because I didn't want to keep it to myself anymore. Do you have any questions? You can go on back to your things. Oh, I can't wait. I know. I can't wait. Ah, okay. So, next, is Kenny here. Kenny. Kenny. Okay. That's all. Very nice. Hello, Ben. Mit dir rede ich gleich. Hallo, Kenny. Hey, ihr zwei. Wie geht's dir? Wir sind okay. Nur ein bisschen Spat. Wir tragen jetzt alle Schäden und ich mag es nicht. Es ist so, wie es muss sein. Ich weiß, aber ich bin nicht verwendet. Entschuldigung, wie geht's dir, Lee? Beide gleichzeitig sagen. Oh. Kenny, hast du einen Moment? Ich muss dir was erzählen. Sicher, pal. Was ist das? Es ist ernst. Oh, nein. Was hat der Schäden zu dir gemacht? Shut up, man. Ich habe jemanden töten. Es ist anders als Larry oder St. John's. Es ist anders als alles. Es ist anders als alle. Ich weiß. Ich habe nichts gesagt, als ich dich kennenzulernen, weil ich mit einer Frau. Und, du weißt, ich habe Angst. Ich habe nur einen Mann mit einem 50-lb Block von Salt. Du hast mich gemacht, nicht wahr? Ja, ich habe es gemacht. Und du hast gesagt, wer wir waren? Was ist das denn? Es ist alles, was diese Scheiße hat uns gemacht, Lee. Scheiße. Du hast dich sicher, wenn du dich in deinem Wissen hast? Natürlich. Dann schau es. Du wirst nicht jemanden wissen, irgendwelche explanation. Mhm. Hi, Leute. Oh. Kann ich mit dir sprechen? Sure. Alles ist okay? Warum ich war auf dem Weg ins Gefängnis. Ich habe vorhin. Ich meine, bevor die Walkers kam. Du meinst, du warst ein Mörderer? Du sagst das, wie es mein Job war. Was sind die Details? Es war in einer Dispute. Es war in einer Dispute. Würde er ihn haben Sie? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tell me, was passiert, wenn du warst in der Fridge, in der Derry? Okay. Und wir haben immer wieder zurück. Und dann wurde er gespürt. Und dann wurde er fest. Und dann wurde er gestanden. Was hat er gegetet? Was hat er gemacht? Er ist es. Drei warst. Er hatte er sich in deinem Oh. 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 Katja wird sich das merken, ok. Mensch, warum haben die da Katja mit jeweils einem A geschrieben? Heißt sie nicht anders? Ja, die heißt mit... Am Ende hat sie zwei As. Wo ist Duck? Dem muss ich doch auch sagen, dass ich jemanden umgebracht habe. Hey, Biff. Was ist denn, Lee? Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß, was du meinst. Danke, dass du mir vertraust. Ich... Ich... Was ist das? 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 Ein Mysterium. Fuck! Jesus, Duck. Ich bin sorry. Ich habe gehört, dass ihr alle gesprochen habt. Du musst alles nicht hören. Kann ich mir helfen? Was habe ich gerade gesagt? Du bist der größte Detektiv, und ich kann Dick Grayson sein. Du bist der Wart. Das ist Robin. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Okay, du bist Robin. Ja! Was mache ich? Ich weiß, was ich mache. Und lass mich wissen, ob du etwas weiches findest. Ich bin genau dabei, ich bin CRK. Ich bin alles bereit. Sehr gut. Die Grayson war nochmal, welcher Robin? Der Erste Robin? Ah. Nein. Es gibt ja... genug. Genug inzwischen. Hm. Ich habe zu vergessen. Vielleicht. Was denkst du, dass es ist? Ich glaube, dass es nichts ist. Vielleicht ist es ein Zeichen. Es könnte sein. Es ist ein Zornes, das ist... weird. Okay, zurück zu recherchieren! Hey, Clementine. Hey, Lee. Hast du, äh... Hast du, äh... einen pinken Schalk? Nein. Es ist irgendwo weg. Hm. Willst du blau? Nein, nein. Es ist okay. Psst. Lee. Ich habe etwas gefunden. Was ist es? Ich habe dieses Stück der pinken Schalk und ich habe ihn über die Garten gefunden. Wirklich? Total. Ich habe ihn gesehen und... Ja, Duck. Ich habe es. Guten Job. Cool! Sehr gut. Kann ich mit dem nicht reden? Duck, ich habe ihn nur umgebracht. Dem kann ich das nicht sagen. Bleib in die Garten. Ich will, ich will. Ich habe ihn verletzt, wenn du. Ich bin nicht... Ich bin nicht derald! Für mich ist aber irgendwie schwer. Ich bin nicht derald. Ich bin nicht derald. Ich bin nicht derald. Ich gibne, nur etwas über das, wer denn? Ich bin nicht derald. Okay. Ja, nimm sie halt. Oh. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? You all have to come back to... The fuck? We ain't fucking around! What do we do? Lily. Shit. They're gonna start kicking in doors any second. Living, what the hell are you- Stoll them. What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Okay. Shit. Enough with this bullshit. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah! Hold it, asshole. Take it easy. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shithead. We ain't giving second chances. It was a mix-up. We'll make it worth your while. I'm listening. We'll leave you everything. Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit later? Fuck that! Alright. I've had enough of this shit. Drew, take these motherfuckers! Christ! Oh, shit! Nice. Nice! Boom! Oh, god. We feel sin in this. Oh, bam. Ah, god. Boom! 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 Now! Get over here! Hurry! Man, you saved our asses. Get inside! Das Ding. Mach hin. Oh, fuck. Oh, fuck! Hilfe! Katja, hang on! Gut. Um den muss ich mich erst mal nicht kümmern. You're hiding behind that, bam! Get your asses around behind! Bam! Ob das Lee nicht mal irgendwie nachladen muss oder sowas? Yeah, 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 yeah. Ach, komm! Ernsthaft! Fuck off! Säcke! Oh, Christ! Lilly, get in the RV! Screw her! Leonard State! Chi! I'm not gonna have to go around. Hey! Lilly, letzte Chance! Geh hier! Echt zu Lilly. Grad so. BÄM! Wir haben einfach alles verloren. Wir sind glücklich, dass wir diesen R.V. Und niemand stirbt. Der Kopf ist öffert. Ich bin gut. Einige in hier hat das gemacht. Entschuldigung, da hinten. Die Banditzen hatten unsere Nummer für Wochen. Das ist anders. Einige hat mit ihnen gearbeitet. Wer es war, hat sie geschenkt. Sie haben nicht die letzte Package bekommen, also haben sie verletzt. Entschuldigung, da hinten. Das ist verrückt. Lilly hat eine Karte von Supplieren, hidden outside der Wall. Das ist wahr. Also, Carly, ist es etwas, was du sagen willst? Bitte. Wir müssen es aus dir herausfinden. Entschuldigung. Du bist in kein Position, um zu stellen. Woah, woah, woah. Du bist nur auf die Finger. Ich habe nicht nur das gemacht. Ich habe meine Sorgen. Carly ist dankbar. Sie ist nicht ein trager, Lilly. Danke, Lee. Sie kann seine eigenen Kriegeln. Unless es etwas passiert hier, das Sie beide betrifft. Ich weiß nicht, Lilly. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir... ...vote oder so. Vote? Was? Ich weiß nicht. Carly ist eine Stand-Up-Gal, und vielleicht war das alles nur ein Fehler. Wir müssen uns auf die Fakten. 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 Wir wissen, dass etwas passiert ist. und wir können nach dem Boden kommen, wenn wir unsere Hände halten. Ich weiß, was wir gefunden haben. Ich weiß, Lilly. Ich weiß. Ich weiß, was wir tun? Wir müssen uns auf die Fakten. Was ist das? Was? Ich habe Sie zwei gesehen. Was ist das? Schau, mich einfach raus? Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe das nicht. Ich habe es nicht auf die Fakten. Schau mir in die Augen, und sag mir, dass du nichts mit dem tun hast. Lilly, schau dir sie weg. Ich... Oh. Was passiert da? Ich habe etwas. Wir müssen uns auf die Fakten. Okay. Wir können uns jetzt mit dem tun. Kiddy. Ist es sicher? Es sollte sein. Everybody raus. Lilly. Aus. So, Lilly ist draußen. Schnell weiterfahren. Schnell, schnell, schnell. Ach. Den Zombie hätte man auch später noch wegmachen können. Weiß, Kenny, fährst du einfach ein bisschen... fährst du einfach ein Stück nach hinten? Fertig. Dann ist er wieder weg. Kenny, die RV hat ein bisschen surface damage, aber es ist ein Walker, unterhalb. Was ist der überhaupt noch... überhaupt noch... lebt? Jeder, Weißt du was? Wir sollten nicht nur dich ausreißen. Wir sollten hören, was jeder denkt. Ich denke, du solltest dich ausreißen. Ich werde das nicht nehmen. Du kannst Ben aufreißen, aber du kannst mich aufreißen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich denke, dass du Ihre beiden sind. Nein! Ah, dieser dumm. Fuck, Walker. Es ist so... Es könnte sogar jemanden entgegen in unsere Campen sein. Das ist schrecklich. Das ist das, was du denkst? Ja. Okay, gut, dann. Kenny? Ich weiß nicht, f***. Just stop, würdest du? Well, deine Vögel ist für dich und Katja. Wir brauchen nicht alle diese Vögel. Was muss ich für dich, um mich zu vertrauen? Ich werde alles machen. Ich werde die Watchers für Monate. Ha, in die Hölle du wirst. Ich werde mehr Essen, mehr Medizin, alles. Du denkst, dass das alles gut ist? Er ist verletzt, Lilly. Ich kann das sehen. Wir brauchen mehr Evidenz als das? F*** Evidenz! Stopt ihn als das! Shut up, Carly! Ich habe genug von dir gehört. Kenny, was wird das sein? Just, gib mir einen Moment. Ben? Du hast, bis dieser Walker ist mitgebracht, zu sagen, es war sie, und nicht du. Stopt das, du schützt ihn. Ben! Stop! Das ist über Vertrauen, und ich habe dich nie vertraut. Billy, bleib auf. Ich kann nicht, Lee. Du weißt, ich kann nicht. Danke, Lee. Please, hör auf ihn. Please, nicht mich aus der Gruppe. Wir werden nicht. Sag mir. Jetzt! Da! Ich habe ihn. Let's just get back. Das ist nicht passiert. Du denkst, du bist eine schwerer B****, nicht? Wie, nichts kann dich verhören. Aber du bist nur eine schreckliche Frau. Geh die F***. Oh, nein! Geh die F*** aus Lee's Buch und versuch, jemanden zu helfen. Machst du nicht noch aggressiver. Na. Was der F*** ist das Problem? Der F***. Der F***. Ah. Doch. Denn. Der F***. Oh, du bist. Was ist passiert? Du bist nicht weg von der Fenster. Jesus Christ. Geh in! Wir sind jetzt dieser verrückt. Sie können nicht vertraut sein. Ich versuch. Bitte. Was wir mit ihr tun? Wenn ihr die Wandern, nicht mit uns? Ken, bitte? Du bist nicht mit uns gekommen. Ich werde hier sterben. Gut. Ist wieder da? Er kommt zurück. Er kommt zurück. Er ist eine Scheiße. Ich habe mich nicht. Wunderschön. Das war's. Ich bin mit. 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 Lea, ein Wort, bitte? Du okay? Katja braucht dich für etwas. Was ist das? Du fühlst dich gut? Was ist das? Was passiert während der Räde? Was ist der Plan? Wir haben noch nie eine Bight-Viktion in der Gruppe in der Gruppe gesehen. Ich werde ihn aufhören und sehen, was ich kann, aus einer Medikation. Wir halten den gleichen Plan, wenn etwas verändert wird. Was ist das? Was ist das? Was ist da noch mehr zu tun? Wir denken, Sie sollten wissen. Es ist wichtig, dass sich ehrlich zu sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie kam ein Wachstier, um zu evitieren zu werden. Ich... ...dann fühle mich nicht gut. Was über Carly? Sie ist weg, aber nicht zurück. Sie hat sie in der Kopf geschlagen. Das ist richtig. Es ist schrecklich. Ja, es ist. Ich bin glücklich, dass ich dich habe. Ich auch. Ich hörte dich außerhalb meiner Triehaus das Tag und dachte, um ein Hammer auf deine Kopf zu stellen. Oh, das ist gut. Ich habe nicht, aber... Max. Nang! Oh! Was ist passiert? Wir haben etwas voran. Verdammt. Die Straße ist blockiert. Jetzt müssen wir mit dem. Ist es eine Möglichkeit, um sich um es herum? Das sieht nicht aus. Auf dem Fuß, vielleicht. Wir können das nicht wirklich machen. Das ist eine sicherheit. All diese Brüche will stopen etwas von uns auf uns. Warum nicht du und ich nachher schauen? Ja, alle anderen relaxen. Clem, bleiben Sie mit Kinney und Kat, okay? Lea, wenn du etwas, um es zu trinken, wenn es ein Dining-Kar oder so ist, denke ich, Duck ist ein bisschen entschuldigt. Es ist ein Fahrrader, hon. Sei da drin. Was? Du denkst, dass es etwas gefährliches in einem verabundeten Lokomotiven gibt? Das habe ich mir nicht. Ich habe mich nicht so hier. Du denkst, das wäre ein Gas. Ich habe auch ein bisschen mehr Vielen Dank.